Du kochst gerne? Hier hast du die Möglichkeit, deinen eigenen Foodtruck zu betreiben. Die Fläche in Geldern am grünen Weg bietet die Möglichkeit, dort mehrere Foodtrucks zu positionieren und einen kleinen Foodtruckpark zu machen. Als ich einmal in Amerika war, habe ich einen tollen Foodtruckpark gesehen. Das gleiche könnte man in Geldern machen. Denn wie du weißt, ist Geldern der Ort, aus dem das Geld kommt. Viele Leute aus der ganzen Welt besuchen Geldern. Geldern ist bekannt durch verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel der Straßenmalerwettbewerb, der immer am Sommer, am Ende der Schulferien stattfindet. Der Foodtruck ist komplett eingerichtet und kann sofort betrieben werden. Die Stellfläche ist hinter Aldi am grünen Weg 6 in Geldern. Ein Bereich, der von vielen Leuten als Ausflugsziel für lange, ausgiebige Spaziergänge genutzt wird. Natürlich ist es schwer, ein neues Geschäft zu betreiben. Dementsprechend bieten wir dir die Möglichkeit einer prozentualen Beteiligung. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist die Idee und das Engagement für einen tollen Foodtruck. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist die Idee und das Essen, was du mitbringen musst. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist die Idee und das Essen, was du mitbringen musst. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist die Idee und das Essen, was du mitbringen musst. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist die Idee und das Essen, was du mitbringen musst. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist die Idee und das Essen, was du mitbringen musst. Das Einzige, was du mitbringen musst. Das Einzige, was du mitbringen musst. Und honey, I love you. Yummy, 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 I got love in my tummy that your love can't satisfy. Love, you're such a sweet thing, good enough to eat a thing and a sweet thing that ain't no lie. I love you to hold you, I love you to kiss you.